Ich begrüße Sie recht herzlich zum RTV Vorarlberg Magazin. Die FBI VEU Feldkirch feierte am Dienstagabend ihren Saisonabschluss. So ist man zwar im Viertelfinale der Alps Hockey League ausgeschieden, etwas zu feiern hatte man aber allemal. Für die FBI VEU Feldkirch geht eine sportlich sehr erfolgreiche Saison zu Ende. Beim Saisonabschluss in der Vorarlberghalle war die Enttäuschung nach dem Ausscheiden in der Alps Hockey League zwar noch nicht ganz beseitigt, dennoch verabschiedet sich die VEU im Großen und Ganzen mit einem positiven Resümee. Insgesamt sind wir sehr zufrieden. Natürlich direkt nach dem Ausscheiden tut es weh und man war knapp dran. Aber insgesamt, wenn wir die ganze Saison anschauen, jetzt schon ein paar Tage mit Abstand, da war es ein großer Erfolg. Wir können schon glücklich sehen, wie weit wir gekommen sind, aber natürlich wären wir noch gerne wieder gekommen. Es ist blöd, wenn wir im Ausgeschieden sind. Das hätte uns eigentlich unverdient, aber im Großen und Ganzen wäre es eine gute Saison. Nach einer starken Viertelfinalserie gegen die Wölfe aus dem Pustertal hat es schlussendlich für die Monfortstädter jedoch nicht ganz gereicht. 3-1 geführt in der Serie, dann noch ein 3-2 hinter in der Serie und leider noch im sechsten Spiel ein Impustertal verloren. Aber wie gesagt, jedes Spiel war eng. Quasi auf ein Tor, dreimal über Overtime, zweimal in die zweite Overtime. Also alles, was Eiserke Herz begehrt, war die Inna leider für uns mit dem falschen Sieger. Wir wollten das natürlich noch gewinnen, wir wollten weiterkommen. Da ist natürlich nicht enttäuschend noch immer, sitzt noch immer tief. Aber ja, wie ich sage, im Großen und Ganzen haben wir eine gute Saison hinter uns. Wir sind jetzt wieder österreichischer Meister geworden. Und ja, ich denke, wir können eigentlich im Großen und Ganzen von der Saison recht zufrieden sein. Die VEU ist zum zweiten Jahr in Folge österreichischer Meister in so einer Liga schon sehr erwähnenswert, oder? Ja, klar. Es zeigt halt, dass die Arbeit, die hier geleistet wird, das ist eben fruchtet. Und wir jedes Jahr ein Team aufstellen können hier, die eben um den Titel und weiter oben auch noch mitspielen können. Und ja, natürlich auf das kann man schon auch sehr stolz sein da im Verein. Stolz waren auch die Anhänger der VEU, die zum Saisonabschluss der Vorarlberghalle noch einmal einen abschließenden Besuch abstatteten. Denn zum Saisonende durften auch die ganz Kleinen zusammen mit den Stars auf dem Eis verschiedenste Skillstationen durchlaufen und sich mit den ganz Großen messen. Heute haben die da gleich die Optionen, um auf dem Eis zu zeigen, was sie können. Was gibt's denn da heute alles? Äh, eine Schussmaschine, wo man wisst, wie schnell der Schuss ist. Und dann noch, wo man anfangen, dort Penalty machen kann. Die VEU ist das Jahr Meister geworden. Kamen auf das stolz sie? Ja sicher. Sie haben gut gespielt und es hat mir gut gefallen zum Zuschauen. Und nicht nur der Nachwuchs hatte riesigen Spaß, auch die Profis freuten sich sichtlich über das Kommen der Fans. Ich glaube, wir sind, wenn ich mich richtig liege, haben wir die meisten Zuschauer in der ganzen Liga. Auf das sind wir stolz und sehr dankbar. Und jetzt müssen wir auch mal was zurückgehen und ich finde das sehr schön, dass wir das tun und wie viele Leute das nützen. Es ist wunderschön. Ich meine, ich schau mal, wie viele Kinder da herumfahren mit so viel Freude. Das bereitet uns Spielern auch natürlich eine Riesenfreude. Und vor allem dem Verein, wie viele Anhänger, klein, groß wir eigentlich da haben mit Fake. Und das macht uns schon sehr stolz. Und hier hoffentlich, denke ich, bin mir ganz sicher, dass wir da heute alle miteinander sehr viel Spaß haben. Und so eigentlich die Saison mit Spaß und Freude ausschlingen lassen können. Der Ausklang der Saison war nicht nur spaßig, sondern auch emotional. Denn zusammen mit den Anhängern durfte die VEU zum großen Highlight des Tages auch den Pokal des österreichischen Meisters in die Höhe stemmen. Damit verteidigen die Monfortstädter zum zweiten Jahr in Folge diesen Titel. Und eines ist sicher, die Zukunft in der Vorarlberghalle verspricht noch so einiges. Wesentlich wärmer, aber auch kuscheliger war es bei der Katzenausstellung in Lauterach, wo über 200 internationale Rassekatzen präsentiert wurden. Am vergangenen Osterwochenende ging es im Lauteracher Hofsteig-Saal tierisch zu. Denn über 200 Rassekatzen wurden bei der Internationalen Katzenausstellung präsentiert. Wie eine Katze überhaupt dazu kommt, ausgestellt zu werden, erzählt uns Präsident Preiß vom Club der Katzenfreunde Österreich. Das ist ganz einfach, sie müssen einmal bei einem Verband Mitglied sein und dann sind alles Rassekatzen mit Abstammung. Und die kommen dann, dann gibt es unsere Aussteller, die eben dann ihre Katzenausstellung präsentieren und natürlich auch für die Zucht, die Prämierungen einsammeln. Wer die schönste und prächtigste Katze hat, wurde am Wochenende anhand von verschiedensten Kriterien entschieden. Die Katzen haben einen internationalen Standard und die Richter bewerten, wie nahe eine Katze dem Standard ist. Und wenn man den Standard liest, der gibt es auch auf der Webseite zu sehen, ist es eigentlich immer wichtig, die Katze muss gesund sein, sie muss gut aussehen, sie muss einen strahlenden Pelz haben. Das heißt also, das ist ein ganz wichtiger Teil dieser Bewertung. Neben dem Bewertungsverfahren hat sie aber jede Katze etwas ganz Besonderes für sich. Auch die eine oder andere äußerst seltene Katzenrasse war mit dabei. Wir haben eine Selke Grex da, das ist so eine, die war bei der Dauerwelle, die hat so richtige Wellen in den Haaren, kann man sich anschauen. Und natürlich auch andere, sehr schöne Norweger, Mink, Huhn, verschiedenste Lasten. Neben all dem Geschnurre und Gestreichle hatte Präsident Preiss aber auch klare Vorschläge für all diejenigen, die an der Katzenausstellung Kritik ausübten. Ja, also ich glaube zwei Sachen. Das Wichtigste ist, schauen sie vorbei, schauen sie sich selber an und dann werden sie sehen, dass die meisten Katzen hier mehr professionell sind als die Aussteller. Die sind nämlich überhaupt nicht nervös, die Katzen, sondern die Aussteller sind es mehr. Und die Katzen sind richtig gewöhnt daran. Mit gewohnter Manier und vor allem mit viel Liebe zum Tier waren am Wochenende sowohl Mensch als auch Katze mit der Situation äußerst zufrieden und damit war auch in diesem Jahr die Katzenausstellung ein voller Erfolg. Und auch wenn es an diesem Wochenende immer nur einen Gewinner geben konnte, wir haben uns definitiv in alle verliebt. In der heutigen Magazinausgabe dürfen wir uns auf ein interessantes Bezirk Dornbirn-Fenster freuen. Denn das bevölkerungsreichste und wirtschaftlich wichtigste Zentrum des Vorarlberger Rheintals hat so einiges zu bieten. Blickt man hinab vom Karren, wird einem schnell klar, wie gigantisch die Stadt Dornbirn ist. Und wer die Stadt bereits kennt, den zieht es dann auch schon mal ins Ausland. Und um genau dieses Begehren zu erfüllen, blicken wir in unser Dornbirn-Fenster. Denn bei Nachbaureisen in Dornbirn tut man alles dafür, dass der Kunde mit einem Lächeln aus der weiten Welt zurückkommt. Fahrer in die Welt hinaus, sie ist fantastischer als jeder Traum. Und dieser Traum geht mit Hilfe von Nachbauerreisen in Dornbirn in Erfüllung. Hier bei Nachbauerreisen hat der Urlaubswillige ein vielfältiges Angebot, um die Welt zu entdecken. Flugreisen, Kreuzfahrten, Städtereisen, Badereisen, Gruppenreisen, Last-Minute-Reisen, Erlebnisreisen, Busreisen und Kurzurlaub mit den Reisebussen von Nachbauerreisen. In Dornbirn einsteigen, in Italien aussteigen. Wir haben die Möglichkeit, unseren Kunden beinahe jeden Urlaubswunsch zum Erfüllen, angefangen vom Urlaub ums Eck, über Fernreisen bis hin zu Fluss- und Schiffsreisen. Wir haben die renommierten Reedereien wie AIDA oder MSC, Tue ich mein Schiff. Was der große Vorteil ist von Kreuzfahrten, dass man relativ viel sieht. Das ist eine Kombination aus Badiurlaub und Städtereise. Man muss jeden Tag den Koffer packen, man kann quasi alles im Zimmer lassen und fährt einfach jeden Tag an ein anderes Ziel. Man kann in dieser Zeit relativ viel sehen. Mit uns kann man mit dem eigenen Reisebus Antardy fahren. Also das Feine ist, dass man verprägend bis blutend zustiegen kann. Fahrt man an die AIDA. Der erste Ort, den wir anfangen, ist Cervia. Das geht ein bisschen runter auf Pesero. Und möglich sind dann vier, fünf, sieben, zehn und elf Tage. Dabei haben wir auch schöne Hotels für Familien und auch Einzelreisende. Natürlich möchten Kunden auch zu zweit in Urlaub, speziell wenn man frisch verliebt ist. Für Hochzeitsreisen bieten wir eigentlich alle Traumdestinationen an. Speziell gefragt sind natürlich immer die im Indischen Ozean, wie die Malediven oder Mauritius oder die Seychellen. Was man auch gut machen kann, ist, dass man einen Stopover reinbaut, zum Beispiel in Dubai oder über Singapur nach Bali. Also da haben wir alle Möglichkeiten offen. Jede Reise, die man bei Nachbauerreisen bucht, hat Qualitätsgarantie. Denn hier werden nur Reisen von bekannten Markenanbietern vermittelt. Gute persönliche Beratung ist hier selbstverständlich. Da kann das Internet nicht mithalten. Nachbauerreisen ist nämlich auch dann da, wenn tatsächlich einmal etwas mit dem Urlaub schief gehen sollte. In guten wie in schlechten Zeiten, damit der perfekte Reisepartner. Besten Dank. Also Nachbauerreisen, das ist für mich das Reisebüro schlechthin. Warum? Weil Kompetenz der Mitarbeiter für mich so ausschlaggebend sind, um die Zeiten, die ich auf meiner Reise verbringe, wirklich voll nutzen kann. Wenn einem die Welt offen steht, dann ist man mit Nachbauerreisen unterwegs. Aufgrund der Größe des Gemeindegebietes von Dornbirn hat die Stadt zahlreiche Grenzen zu anderen Gemeinden. Zum Beispiel zur einwohnerreichsten Marktgemeinde Österreichs Lustenau. Und in Lustenau gibt es ein ganz besonderes Bürogebäude, welches, man glaubt es kaum, ohne Heizung auskommt. Atmosphäre statt Maschine. Ein Haus ohne Heizung und Kühlung ist der neue Firmensitz der Architekten Baumschlager Eberle im Gewerbegebiet von Lustenau. Das Gebäude 2226 kommt ohne Heizung, Kühlung und ohne Lüftungsanlage aus. Die Gebäudeziffer neben dem Eingang bezieht sich auf die weltweit anerkannte Wohlfühltemperatur von 22 bis 26 Grad. Das Wissen darum, so etwas machen zu können, das hatten wir schon in den 90er Jahren, weil wir uns so lange mit energetischen Optimierungen beschäftigt haben. Insofern war es eigentlich, ist das Gebäude ungefähr um zehn Jahre zu spät in Relation zu unserem Wissen. Der Mensch und sein Wohlempfinden standen somit im Mittelpunkt der Planung. Unserer Meinung nach ist es absolut sinnvoll, dass eigentlich ein Gebäude auf die Menschen reagiert. Das heißt, ein Gebäude muss sich anders verhalten, wenn jetzt der Raum mit 20 Leuten gelegt ist oder vielleicht einmal nur mit zwei Personen. Und das muss der ausschlaggebende Faktor sein. Und es sollte nicht so sein, dass da ständig eine Maschine durchgehend Luft herumwälzt, sondern eigentlich nur dann, wenn es auch wirklich notwendig ist. Und das muss ein so genau wie möglicher Indikator sein. Das heißt, in unserem Fall haben wir in jedem Raum einen CO2-Messer, der misst also diese Feuchtigkeit und Temperatur und den CO2-Gehalt. Und das ist der ausschlaggebende Faktor, ob die Luft wirklich gut oder schlecht ist und dann passiert etwas. Die massive Hülle nimmt bei Tag Wärme langsam auf, speichert sie und gibt sie bei Nacht nach und nach an den Innenraum wieder ab. Menschen hinterlassen den Gebäuden vier Spuren, vier wesentliche Spuren, also physikalisch wesentliche Spuren. Einerseits ist es die Temperatur, die wir als Menschen produzieren. Zweitens ist es, dass wir CO2 verbrauchen, das heißt, wir machen die Luft schlecht. Drittens schwitzen wir, transparieren wir während eines Tages zwischen einem und einer. Also wir produzieren Feuchtigkeit. Und das vierte ist, wir produzieren Bewegung. Und das, was das Gebäude macht, ist, dass es diese Spuren misst und dann sein Verhalten ausrichtet auf die Zustände, die durch das Verwenden des Gebäudes entstanden sind. Ist die Luft zu schlecht, ist sie zu feucht, ist es zu kalt, ist es zu warm etc. Mit Kies, Wasserbecken und neu angepflanzten Baumreihen hat man den weißen Kubus von allen Seiten freigestellt. Die imposanten, riesigen Glastüren wurden mit Handwerkern aus der Region angefertigt. Unten sind Glastüren, die sind so groß wie zwei Doppelbetten. Die wirken, wenn man davor steht in dem Raum, weil er so hoch ist, sehr, sehr normal. Aber wenn man es dann genau betrachtet, erkennt man, dass das alles Riesendimensionen und Spannweiten sind. Und das wirklich so zu reduzieren aufs absolut Notwendige, das macht es relativ schwierig. Und da braucht man wirklich gute Handwerker. Und Gott sei Dank haben wir die in Vorarlberg, um sowas wirklich herzustellen. Jeweils über dem zweiten und dritten Geschoss ist der Kubus ganz leicht in sich verdreht und leicht gegeneinander verschoben. Durch das Verdrehen entstehen theoretisch schräge Außenwände. Und die wirken sich sehr positiv in der akustischen Nachhaltzeit innerhalb der Räume aus. Also das Verdrehen hat zwar diesen Nebeneffekt der Akustik, das ist aber nicht der Beweggrund. Der Beweggrund war das Brechen der Monumentalität. Die Hülle verfügt über einen zweischaligen Wandaufbau aus jeweils 36 cm Ziegel. Miteinander verzahnt sorgt die innere Schicht für hohe Druckfestigkeit. Die äußere isoliert effizient. Der Ziegel hat einfach den Vorteil, dass er einerseits sehr kostengünstig ist, dass er ganz traditionelles Material ist, dass er große Vorteile hat in der Aufnahme von Feuchtigkeit, in dem Durchleiten von Temperatur. Aber natürlich kann man das auch mit anderen Materialien machen. Aber wie jede Materialentscheidung ist das eine Gesamtbeurteilung. Das ist zum Beispiel einer der großen Nachteile von Holz, dass es eben ganz wenig Wärme speichert, also relativ wenig Wärme speichert. Und deswegen viel schneller die Oberflächentemperatur, die am Geben, also der Raum des Raumes, ein. Lüftung und Verschattung sind durch drehbare Holzflügel in den massiven Fensterlaibungen geregelt. Diese bieten je nach Sonnenstand die benötigte Verschattung, damit sich das Gebäude im Sommer nicht aufheizt. Die Lichteinstrahlung, das ist eines der ganz großen zentralen Themen in dem Haus. Und zwar, das hat zweierlei Effekte. Einerseits hat es den Effekt, dass es natürlich, wir müssen darauf schauen, speziell im Sommer, dass das Licht nicht zu viel an ist, weil das produziert uns natürlich wieder Temperatur, das für uns ungünstig ist. Das heißt, wir haben da Fensterformate dimensioniert, die dafür sorgen, dass möglichst viel Licht, Tageslicht, so tief wie möglich in das Haus hineinfällt. Also das heißt, wir haben mit 24 Meter Gebäudetiefe, müssen wir also das Licht minimum 12 Meter tief hereinbringen. Und das klingt einfach, ist aber relativ schwierig. Und da muss man eigentlich schauen, dass man möglichst Materialien verwendet, die hell und leicht reflektieren, um wirklich viel Tageslicht hineinzubringen. Auf der anderen Seite herum ist es aber so, wenn ich jetzt zum Beispiel große Verglasungen machen würde, dann kommt natürlich sehr viel solare Temperatur ins Gebäude herein, was wiederum schlecht ist. Das heißt, das ist der Grund, warum das Fenster innenbündig angeschlagen ist, damit möglichst eine hohe Eigenverschattung durch die tiefe Laibung zustande kommt. Die Windmühlenflügelartig angelegten massiven Innenwände begrenzen zwei Treppenhäuser, die sanitären Anlagen und einen wirklich winzigen Technikraum. Ein modernes Bürokonzept also, welches Arbeitsräume und Begegnungsräume bietet. Denn auf knapp 2500 Quadratmetern findet man neben dem Architekturbüro auch weitere Büros, eine Cafeteria und eine Galerie. Die Ausstattung der Cafeteria sowie einige Büromöbel passen in ihrer Robustheit entsprechend gut zur Architektur. Wenn man da zum Beispiel diese Holztische hernimmt oder unten die Polstermöbel, haben wir absichtlich Handwerker verwendet und auch die Materialien dazu, damit es möglichst die einheitliche Sprache besteht und dass es ein Guss am Ende darstellt. All diese Materialien kommen eigentlich aus dieser Region tatsächlich her. Als Beispiel dieser Naturstein, dieser Sandstein, den wir da draußen haben als Fensterbänke, der kommt aus Rorschach. Das ist eigentlich der nächste Steinbruch, den es von da aus tatsächlich gibt. Und genauso haben wir das mit unseren Handwerkern gemacht. Wir haben nicht Handwerkern von irgendwoher her transportiert und die von Materialien mitbringen, die von der anderen Seite vom Planeten kommen, sondern wir haben tatsächlich auf Regionales geachtet. Die imposanten, riesigen silbernen Lampenschirme und mit knallroten Reflexionsflächen innen stammen vom Designer Ingo Maurer. Aber wie wohl fühlen sich die Menschen hier im Bürohaus 2226? Und in unserem Gebäude ist es so, dass sehr viele Leute sich wundern, warum ist es da herin so angenehm und größtenteils liegt es eigentlich daran, an der Luftfeuchtigkeit. Also die Luftfeuchtigkeit, die wir da herin haben, ist höher als eigentlich normal. Also sprich, also meistens über 45 Prozent und das führt eigentlich dazu, dass sich eigentlich Leute sehr wohl fühlen. Leider bin ich viel zu wenig hier. Aber wenn ich hier bin, fühle ich mich sowohl an meinem Arbeitsplatz, allerdings auch bei den Mitarbeitern, zu denen ich mich oft setze, sehr wohl. Da stellt sich natürlich die Frage, ob wir nicht alle unsere Bauten zukünftig nach diesem wegweisenden und guten Vorbild ausrichten sollten. Wenn es nach uns gehen würde, dann wäre das der richtige Satz dazu. Wir sind auch dran aktuell, dass wir versuchen, dieses Konzept weiterzuentwickeln und weiterzubringen. Aber nicht nur im Wohnungsbau, also im Bürobau, sondern auch im Wohnungsbau. Weil es ist schon sehr beachtlich, wenn man bei uns zum Beispiel eine Etage anschaut, wo wirklich gar niemand sich aufhält und die Temperatur trotzdem irgendwie bei 19 Grad sich einpendelt. Und wenn man dann erkennt, um sich wohlzufühlen, braucht es dann wirklich nur noch ein paar einzelne Grad, um das zu erwärmen. Grundsätzlich trifft das Haus eben sehr viele Erwartungen und Bedürfnisse, die ganz latent bei vielen Beteiligten vorhanden sind, nämlich danach, dass Dinge selbstverständlicher, logischer, natürlicher und auch gesünder sind. Und das führt auch dazu, dass wir im Moment an ungefähr sechs anderen Projekten arbeiten, wo wir diese Prinzipien übertragen auf Wohnbauten und auf Bürobauten. Und wo ein Teil dieser, das vielleicht wichtigste und größte Gebäude, das bereits realisiert ist, wo ein Teil dieser Prinzipien angewendet worden ist, ist die Universität Luxemburg, die über 70.000 Quadratmeter groß ist. Und diese Universität ist das erste Hochhaus in Europa, wo es keine mechanischen Lüftungen und keine Kühlungen mehr gibt. Es gibt allerdings dort noch, im Gegensatz zu hier, eine kleine Nothaltung. 2226 ist ein durchaus gelungener Prototyp von Baumschlager Eberle und eine mögliche Antwort auf die Frage, wie das Verhältnis zwischen Haus, Technik und Mensch künftig aussehen kann. Das war's vom rcv Freilberg Magazin. Ich verabschiede mich für heute und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.